Ich bin nicht Google, ich bin Google Optimierer, ich bin Google Partner und ich bin auch YouTube, weil YouTube zu Google gehört. Und was Sie heute hier sehen, das ist mein neuestes Spielzeug, das ist eine Kamera und zwar eine 360 Grad Kamera. Weil das Neueste, was man bei YouTube machen kann, ist, man kann 30 Grad Videos drehen. Das heißt, auch Sie da hinten hinter mir sind jetzt voll im Bild, auch Sie vor mir sind hier im Bild, auch Sie da hinten sind hier voll im Bild. Wir haben diese kleine Kamera eigentlich nur aus einem einzigen Grund gekauft. Sie ist so klein und leicht, dass man sie unter einer Drohne befestigen kann, weil wir fliegen nämlich auch für Kunden. Das heißt, wir können auch 360 Grad Luftvideos drehen. Wenn Sie sonst noch wissen wollen, was wir alles machen, schreiben Sie mich mal an. Dankeschön.